Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Herzlich willkommen bei Denderas Blick in die Akasha Chronik am 20. März 2019 Heute sollen wir beide Seiten die Münzen anschauen oder etwas mit anderen Augen betrachten. Wir sollen auch heute etwas überprüfen. Wir dürfen den Überblick nicht verlieren, sonst werden wir etwas übersehen. Wir werden zur Zeit die Hindernisse aus dem Weg räumen, Kraft zeigen, uns zu behaupten, uns zu beweisen, uns zum Wehren und Kraft etwas in Bewegung setzen. In einer rechtlichen Lage gibt es noch Unklarheiten oder Verzögerungen. Es nähert sich etwas und in den kommenden Tagen werden wir Ungerechtigkeiten erleben. Alte Themen kehren wieder zurück. Oder jemand von Vergangenheit. Wir sollen das reifen lassen und dafür sorgen, dass wir ins Ziel angekommen sind. Weil hier brauchen wir die Klärung, wir brauchen eine Vollendung. Und das war Denderas Blick in die Akasha Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen in diesem kurzen Info-Video und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. In diesem Video erkläre ich, was war im früheren Leben. Was ist Karma überhaupt? Was passiert nach dem Tod? Was ist das Sinn des Lebens? Was bedeutet eine Seelenreise? Und wann beginnt das Leben überhaupt? Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis und führt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für die E-Mail und die E-Mail und die E-Mail und die E-Mail. Ich bedanke mich für die E-Mail und die E-Mail.